Guten Abend, hallo und herzlich willkommen zum vierten Militärmusikfest in Berlin, zum ersten Mal aus der Max-Schmähling-Halle und im Moment marschieren hier die Bands der vier Waffengattungen der Bundeswehr ein. Insgesamt sind 500 Musiker an diesem Abend beteiligt, Musiker aus acht Nationen und keine Angst, es gibt nicht nur Märsche und Chingarasa-Bumm, nein, auch viel Klassisches und gerade die Bands aus den Vereinigten Staaten oder aus Russland, überraschend immer wieder durch ihre unmilitärische Art. Man kann, glauben Sie es mir ruhig, auch mit Haufen und Trompeten, Jazz, Rock und Folklore spielen. Es sind auch Tänzer dabei, Folkloregruppen, also ein richtig bunter, ein farbenprächtiger Abend. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß. Die musikalische Leitung hat übrigens Oberst Georg Tscherner und durch diesen Abend wird natürlich ein Hauptmann, Hauptmann Jäger. Viel Spaß. Musik 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 Liebe Berlinerinnen und Berliner, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße zunächst ganz herzlich die teilnehmenden Länder mit ihren Abordnungen aus Frankreich, aus Großbritannien, aus den Vereinigten Staaten, aus Russland, aus Ungarn und selbstverständlich aus unserem Heimatland Deutschland. Wer hätte gedacht, beispielsweise vor zehn Jahren, dass wir hier in Berlin, in unserer Hauptstadt, gemeinsam mit Militärmusikkapellen aus diesen Ländern ein schönes Musikfest feiern können. Und wenn man ermessen will, welche gewaltige Entwicklung sich in den letzten Jahren ergeben hat, dann kann man das hier auf diesem Militärmusikfest deutlich spüren. In Berlin, in unserer Hauptstadt, mit vielen Nationen aus Ost und West ein gemeinsames Fest zu feiern, das macht deutlich, wir haben nicht nur unsere Einheit in Deutschland erreicht, sondern Europa ist viel friedlicher und viel stabiler geworden. Und dieser Teil der Entwicklung wird heute Abend auf eine sehr schöne, nämlich musikalische Weise uns allen noch einmal ins Gedächtnis gerufen. Das heißt aber auch, wir erleben eine große Vielfalt. Und auch diese Vielfalt zeichnet unseren gemeinsamen Kontinent aus, macht ihn reich und vielfältig im Sinne von kulturellem Reichtum. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen außerordentlich schönen Abend. Ich drehe mich immer so ein bisschen herum, weil ich eigentlich es unhöflich finde, dass ich einem Teil von Ihnen dabei immer den Rücken zukehren muss. Aber ich wünsche Ihnen einen außerordentlich schönen, einen angenehmen Abend. Und nicht, weil ich es vergessen würde, sondern ganz zum Schluss bedanke ich mich beim Deutschen Bundeswehrverband, bei seinem Vorsitzenden, Herrn Oberst-Gerth und ganz selbstverständlich bei allen, die diesen Abend organisieren halten. Nun habe ich gelernt, ein Fest wird durch lange Reden von Politikern nicht unbedingt schöner. Und deswegen wünsche ich Ihnen ein schönes Fest und einen guten Abend. Applaus 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 Musik 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 Applaus 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 Musik 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 Sein Seemannsgarn spult nun, und es ist nicht zum ersten Mal hier in Berlin, das Marienmusik vor Ostsee ab unter der Leitung von Fregattenkapitän Manfred Peter den Mantau-Mignon. Musik 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 Gewalte, volkstümliche Kultur wird nun auf uns einstürmen. Lassen wir uns mitreißen mit dem Gesangs- und Tanzensemble der Luftlandetruppen der Russischen Föderation unter der Leitung von Oberst Gennady Luschetski. Applaus Musik 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 Einer Geräusche Daleko Untertitelung. BR 2018 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 Hier ist das Zentralorchester der ungarischen Schreitkräfte. An seiner Spitze, Oberstleutnant Istvan Saggi, zum ersten Mal in Berlin. Herzlich Willkommen an der Spree. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Musik 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 Aus Wessex, meine Damen und Herren, das liegt etwa westlich von London in Richtung Cornville, aus Wessex an die Stree gekommen, die Wessex Military Band mit Bandmaster Martin Davison und natürlich gehören zu dieser Band Pipes and Drums, wie sich das bei einem anderen Orchester aus England gar nicht anders zu denken wäre. Welcome in Berlin, ladies and gentlemen, we are happy to have you here. Musik 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 Wir erleben nun ein Stück Brauchtum aus einem Ort, den die alten Römer schon Konkluentes genannt haben, an dem Rhein und Mosel zusammenfließen. Das hier ist Musik 300 unter der Leitung von Oberstleutnant Thomas Klinghammer und schunkeln durchaus erlaubt, meine Damen und Herren, mit der Winninger Winzer, Trachten und Tanzgruppe. Musik 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 Music Musik 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 Ja, ich habe Ihnen hoffentlich nicht zu viel versprochen. Und das war doch schon ein ganz schöner Knaller, ein farbenfrohes und klangvolles Spektakel. Und sogar der Bundespartei-Jungsminister, der Neue, hat richtig mitgeklatscht und mit den Füßen getrommelt. Es hat ihm ganz offensichtlich gefallen. Ja, das nenne ich eine schöne musikalische Allianz, ein Bündnis der Bands. Aber es ist noch nicht zu Ende, denn jetzt kommt eigentlich noch das Beste, das Finale. Alle, die mitgewirkt haben, bisher mitgewirkt haben, kommen nochmal in die Arena der Max-Schmeling-Halle. Also 500 mitwirkende aus acht Nationen. Also ein großes Programm nochmal. Und zwar mit Per Aspere Ad Astra von Ernst Urbach, mit Toccata del Moll von Johann Sebastian Bach, mit Gruß an Berlin einem Medley von Hans-Joachim Rino und mit Old Lang Sin, arrangiert von Roland Kreidel. Ich wünsche Ihnen also noch weiterhin Spaß. Bleiben Sie dran, es lohnt sich das große Finale hier beim Militärmusikfest in der Max-Schmeling-Halle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Applaus 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020